Hier ist kein Wasser! Nur Bäume! Leute, wenn wir das überleben wollen, dann müssen wir alles am Ballast abwerfen, was wir haben. Ich habe hier nichts mehr Wichtiges drin. Ich habe noch ein Wasser. Ja, noch eine Shisha. Weg mit der Shisha. Wasser ist das einzige, was wir noch zum Überleben brauchen. Bist du bescheuert? Das Wasser brauchen wir für die Shisha. Ja. 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 Ja.